Wie gesagt, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich wollte den ganz alten erst mal anschauen. Der ist aber von Murnau. Ja, von Murnau, genau. Bist du auch ein Filmfreak, das ist sehr schön. Ja, genau. Ich habe von Murnau bloß der dritte Mann, nee, der letzte Mann gesehen mit Jannings, der hat ja glaube ich dann, das war ja dessen Tor nach Hollywood damals. Wir haben auch einen Filmpodcast tatsächlich und machen den auch bald wieder. Wenn du Interesse hast, würde mich freuen. Warum nicht? Was Filme angeht, aber ich bin eher so dieser Typ, ich stehe halt, also ich gucke auch normale Filme, klar, aber mein Medier ist eher Horror. Also wirklich rein Horror. Wobei ich sage, Horror ist ein Thema, ein Film, dass er für mich Horror ist, der mich wirklich schocken muss, einiges mitbringen. Also jetzt so, ich fand zum Beispiel Sinister ist einer der besten Horrorfilme, die die letzten zehn Jahre gesehen habe. Ja. Ja. Aber das ist jetzt auch kein Film, wo ich sage, der, davor habe ich Angst. Also ein Film, wo ich... Nein, nein. Ein Film, der mich wirklich geschockt hat, wo ich Angst hatte, war Threads. Das ist so dieser britische äh, 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 der Day-After-Atomangriff-Ding. Der ist wirklich hammerhart, den musste ich dann auch sogar abbrechen, weil der, den habe ich irgendwie nicht durchgestanden, weil da bricht halt irgendwann alles zusammen und keine Ahnung. Ich rede aber dann eher von so Sachen wie halt die ganze Conjuring-Reihe oder so, aber einfach nur, weil die Story dahinter auch geil ist, damit du die erst mal verstehst. Es gibt... So allein mit der Nonne und so, ne? Oder was ich, was ich auch gesehen habe, äh, ich finde, das, das, das beste Horrorzeug findet für mich irgendwie im Moment auf YouTube statt. Allein schon diese ganze Marble Hornets-Geschichte, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war ja, bevor, es gibt ja zwei, es gibt eine Slenderman-Doku und Slenderman-Film. Ja, gibt es auch noch Spiel, aber ja. Genau. Als Slenderman hat rausgekommen, es war einfach so ein Internet-Ding, dann hat sich ein YouTuber gesagt, ich mache eine, ich mache halt eine Web-Show draus und hat halt eine Web-Show gemacht mit, da, glaube ich, Operator, ähm, weil sie durften ja Slenderman nicht verwenden, also haben sie Operator genannt und es hieß Marble Hornets. So, supergeile, supergeil, ultra-ruselig. Das, das ist sowas, das schockt mich, so. Und all diese ganze Analog-Horrorsache, also das ist wirklich alles Zeugs, also alles, was immer so aussieht wie Videos und, und, und Sachen aus den 90ern, so richtig auf Alten gemacht, das finde ich absolut geil. Das finde ich aber größtenteils auf YouTube. Also es gibt wenig Horrorfilme, wo ich sage, das ist cool, das, das, das schockt mich jetzt. Also ich kenne auch einen Film, der ist allerdings kein Horror, ne? Das ist Shining. Shining liebe ich, ist mein, ist Alien, mein absoluter Lieblingsfilm. Weil du immer diese, du hast nicht dieses, wie bei Conjuring so, dass nix passiert und du weißt dann, dass irgendwann was passiert. Obwohl, naja, Insidious 1 hat das auch hinbekommen, zu sagen, dass alles still ist und dann auch von jetzt auf gleich, bam. Ja, aber wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen lazy, weil bloß mit Jump-Scares zu arbeiten, dass du sagst so, jetzt, Blöck sagt, boom, voll in die Fresse. Das, das ist so, also ich bin halt so, mich ödet das immer so ein bisschen an, wenn das nur mit Jump-Scares arbeitet. Ne, ne, tun sie ja nicht. Die machen immer dieses, du hast ne Grundspannung da drin. Das hat ja auch Shining gemacht. Du hast von A bis Z, weißt du das schon von vornherein, irgendwas da nicht stimmt. Dann baut sich das nicht auf, sondern bleibt immer. Und wenn dann aber ein Schocker kommt, dann bist du raus. Dann ist es vorbei. Und ich hab den im Kino gesehen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Die beste Story, die beste Story, die ich die letzten Monate mitbekommen hab, war... Bram Stoker Dark, oder? Ne, ne, wie hieß der? Das ist aber auch geil. Wie hieß der? Heißt der Don't Speak? Mit dem, mit, ah... Don't Speak ist halt auch ein... Nein, 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 Speak No Evil. Ach so, den kenn ich nicht. Der, ey, die Story, wo ich... Also, ich hab halt ein YouTube-Video dazu gesehen und dachte mir, okay, klingt interessant, weil ich glaub halt an diesen Spoiler-Paradoxon nicht. Und Speak No Evil, hab ich dann... Ey, und das Ding ist halt böse. Und wenn's halt böse ist, ist es für mich gut. Dann sind wir so, okay, boah, okay. Zum Beispiel, was ich geil fand, war der Lodge. Den fand ich richtig geil. Was, äh... Weiß nicht, ob du den kennst. Mh, gehört, ja. Der ist halt... Der ist halt böse. Und wenn was böse ist, dann ist es für mich grad richtig. Immer so, okay, ui, oh, mh, uh. Ich glaub, das Spiel sogar... Der Exorzist, der Alte, der ist auch böse. Vor allem, als er damals in die Kinos kam. Ja, voll. Vor allem mit dem Fick mich, Fick mich von ihr dann irgendwann. Und das zu der Zeit, aber heutzutage ist das easy. Aber damals, als der rauskam, Alter, du weißt nicht, wie das so... Also, das ist voll komplett. Und das Ding ist ja, dass die erste 3, 4 Stunden, die erste Hälfte, passiert ja nix. Da passiert ja erst mal überhaupt nix. Und das ist ja, dass die Leute reingekommen haben, genauso wie, wie, äh, Alien, ich hab mir Alien, ich sag mal, Alien und Schein sind meine beiden Lieblingsfilme. So, und ich hab... Ja. Ich hab Alien mal in der, der Kinofassung gesehen. Und da ist ja wirklich so, da passiert halt, bis du das Alien wirklich das erste Mal siehst, vergehen ja erstmal wirklich auch 40, 45 Minuten. Genau, aber wenn dann, und wenn dann da ist, dann ist, äh, Kapelle. Ganz, ja, und wirklich ganz... Du siehst das Alien nur ganz wenig wirklich in voll. So, weil die wirklich Angst hatten, dass, dass, wenn du das Ding siehst, dass es halt irgendwie billig rüberkommt. Und grad das, glaub ich, damals, wie du sagst, Exorzist, die gehen ins Kino und erwarten nichts und auf einmal, boom. Und das war ja, glaub ich, damals, ich glaub, der Exorzist war damals ein riesen... War damals ein großer Flop, glaub ich, er fahr am Anfang an. Ja, das war kein Flop. Die, äh, die wollten das eher verbieten. Ja, aber ich glaub, das war damals... Weil es zu hart war. Das war damals erst mal, äh, Box-Office-mäßig kein, kein riesen Erfolg. Erst wie sie es dann wieder... Wie sie es dann danach wieder ins Kino gebracht haben, dann war es irgendwann so... Und das ist ja leider gar nichts bei vielen. So, und das find ich echt traurig, weil, weil ich mein, es sind... Es gibt ein paar Filme da raus, die wirklich absolut geil sind. Ey, Nosferatu kommt ja dieses Jahr auch ein neuer, oder? Weißt du schon? Noch nicht? Ja doch, kommt dieses Jahr kommt Nosferatu mit, ähm... Ja, dem Typen, der Pennywise gespielt hat. Kommt dieses Jahr neu heraus. Von, ähm... Von einem ganz bekannten Regisseur auch. Äh... 224... Ja, genau. Nosferatu hat das 244... Bill Skarsgott. Bill Skarsgott, genau. Mit Willem Dafoe und... Von Robert Eggers. Also an sich, äh... Geil. Freu ich mich auch drauf. Ernsthaft? Der kommt... Okay, ich muss mal... Das ist der, der Leuchtturm gemacht hat und The Witch... Genau. Ich muss so viele gute Horrorfilme noch nachholen. Ich hab so viel... Ich hab so viel halt eben die letzten Jahre nicht gesehen. Und grad... Also weiß ich noch... Warte mal... Aber Insidious war jetzt gleich wieder was? Ich weiß... Darf ich mal kurz was in den Chat hier senden? Ja. Wenn der Film in die Kinos kommt, ne? Genau, Insidious 1 hab ich gesehen. Das weiß ich noch. Den fand ich gut. Den fand ich gut. Wenn das... Wenn Nosferatu in die Kinos kommt. Mhm. Ich geh so ins Kino. Ja, mach, Alter. Voll, aber dann im Kino, wo wir auch alles sehen. Also Dortmund oder so, Alter. Wo einfach hunderte Leute sind. Ja, mach, ey. Und dann sag ich... Ja, mit dem Outfit rein in Nosferatu. Und da am besten noch so... So ein bisschen... Ja... Ich möchte nun diesen Film sehen. Ja. So wie, äh, wie, äh, wie, hier. Wie, wie Kinski das gemacht hat an dem Esstisch. Ja. So greifen sie du mit den Händen, mit der Hand. So, wow. Ich find halt immer noch, Kinski ist, ist natürlich menschig gesehen absolut Rad, Aschloch. Aber er ist der beste Schauspieler, Alter, ja. Die wir jemals hatten. Ist wirklich so... Ey, der, der Typ ist, äh, wow. Er ist aber schlachfertig. Der hatte ja mal damals in einem Interview, wurde er die ganze Zeit, äh, gefragt, ich weiß gar nicht, von wem das war, aber der wurde ja die ganze Zeit gefragt, erzählen sie doch mal was über den Film. Und Kinski hat sich halt irgendwann das Mikrofon genommen und sagt, ja, guck ihn dir doch an, wenn du was darüber wissen willst. Ey, Kinski... Ja. Bei Kinski... Es ist ja wahr. Bei Kinski ist halt das Krasse, wenn du ihn halt machen lässt und ihm Ehre erweist, dann war er der beste Mensch, mit dem du uns ein Interview führen könnt. So, es gibt so dieses... Und da war er irgendwie in so einer Talkshow und da war so eine ganz junge Aufstrebende, die mit ihm so ein total... Die ihm total so schnippische Fragen gestellt hat. Und irgendwann hat er ganz dumme, schnippische Antworten gegeben. Und irgendwann hat halt so ein älterer Moderator, der auch noch mit dabei war, hat das Ding übernommen und hat ihm dann ernstere Fragen gestellt. Und ist dann auf ihn eingegangen und hat ihm noch Zeit gegeben. Und dann merkst du, wie das Ding so im 180 Grad dreht. Also Kinski ist er, wenn du den hast dann machen lassen, dann kannst du mit dem coolen Gespräch führen. Aber es ist halt, ja, es ist halt... Oder wenn der Typ halt in Amerika in einer Talkshow war, weil er wusste, okay, da darf ich jetzt keine Scheiße bauen, dann hat der Typ aber wirklich hier einwandfrei Intimus gegeben. Das ist... Das ist... Ja. Boah, ich hab jetzt... Ich hab grad den Trailer nebenbei laufen gehabt. Kennst du den ja schon von Osferatu? Den Trailer? Boah, ich hab nur so Ausschnitte gesehen. Ich hab... Ich bin... Die Musik. Ich bin da, ehrlich gesagt, null auch drin gewesen. Ich hab auch irgendwie mitbekommen, okay. Das Einzige, was mich so ein bisschen entstört, ist, dass sie gefühlt den Skarskart jetzt für alles mögliche, Carsten. Seitdem der ja... Also, mir kommt zuvor, als würde der jetzt wahrscheinlich der absolute neue Horror-Schauspieler, wobei ich sag, hey, irgendwann setz ich's halt auch mal ab. Also... Die Mu... Äh... Allein die Musik mit den Gongs. Äh... Den... Ja, genau. Den Anfang hab ich schon mal gesehen. Guckst jetzt einfach mit den... Die Musik. Finde ich sehr schön. Ich find auch so... So die Zeichen, finde ich sehr schön, ja. Ja. Boah. Äh, man sieht ja nicht viel, aber ich find, äh... Sie haben sich jetzt schon... Sie haben sich schon sehr gut getroffen, ne? Ich sag, war ja damals ein Riesenthema. Ähm... Ja. Gerade der erste Nosferatu... Wie er in der Tür steht mit den Wölfen. Gerade der erste Nosferatu war ja ein Riesenthema damals. Ähm... Uh, sehr schön. Boah. Ich muss halt sagen... Ich muss ja den Film reindringen. Ich muss halt sagen, ich, ähm... Ich hab halt ein sehr interessantes Horrorverständnis, weil ich liebe halt Horror-Manga zum Beispiel. Und für mich ist es halt immer am schönsten. Ich liebe groteske... Erstmal, ich bin... Ich bin riesen Fan von, von, ähm... Verstörender Scheiße. Also, ich lieb HR-Giga. Ich liebe... Ich hab ein Bildband von dem bekanntesten Leichenfotograf der Welt drüben liegen. Also, ich... 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 Ich liebe verstörende Scheiße. So. Und, ähm... Das Ding ist halt auch, wie gesagt, ich liebe Junji Ito. Das ist der bekannteste Horror-Manga-Zeichner der Welt. Das heißt, der macht halt so ganz groteske Bilder. Das heißt, es ist halt wirklich so, dass mich halt was schockt, muss es halt dann schon wirklich gut sein. Der Trailer ist halt... Darum hab ich ihn besetzt und auch noch angestellt. Weil er hat... Weil er hat... Weil er hat... Es ist halt was, auf das ich voll abfahren werde. Und das war mir relativ klar. Äh... Es ist halt wirklich... Ich bin's aber grad so geil. Also, danke, dass du mir das gesagt hast. Weil ich liebe Nosferatu einfach. Ach, es ist für mich einfach... Man sagt ja so schön sein Vorbild. Aber ich glaub, wenn ich Nosferatu als Vorbild nehme, ich glaub, ich krieg nirgendwo mehr einen Job. Ich mein, ich mein... Weil alle tot. Allein schon, dass sie ihn damals bei Spongebobel erwähnt haben, war nicht absolut witzig. Mit dem Lichtschalter, ja. Nosferatu. Ist einfach geil. Obwohl Nosferatu... Das wissen ja die wenigsten. Nosferatu heißt ja erstmal nur Untot. Ne? Und, ähm... Ich find's gut, dass Robert Eggers den originalen Nosferatu nimmt. Und zwar, weil Kinski hat ja Graf Dracula gespielt. Ja, genau. Aber Nosferatu ist... Nosferatu selber, seit Urbeginn, seit der Nosferatu-Geschichte, ist Graf Orlok. Genau, Graf Orlok, genau. Der hat ja... Und das ist nämlich auch de facto. Ja. So. Ich frag mich, warum, äh, warum, äh... Hier, wie heißt nochmal, wie heißt nochmal der, äh... Herzog, Werner Herzog meinst. Ja, genau. Wie Werner Herzog da Dracula nehmen konnte. Das hat das irgendwie ein bisschen zerstört. Ja, weißt... Es ist halt so, dass der Film in den 80ern rausgekommen ist und da war halt dann so die... Ja, ich weiß, wegen Bram Stoker und bla, die kamen ja auch alle rein. Du wolltest es halt international vermarkten und ich glaube auch, dass es damals ein ziemlicher Erfolg war. Ähm, das Ding ist halt, das Original finde ich halt... Ich mag halt diese... Diese... Diesen neuen deutschen Filmen von damals, so diese deutschen Filme der 20er Jahre. Ich finde das... Zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist auch M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Dieser Fritz-Lang-Film mit dem Kindermörder. Hey, allein schon diese Szene mit... Wo er durch die Straßen läuft und dieses... Weil dieses... Wie gesagt, dieses Lied pfeift, während der Kinder im Film ist es... Ah, ich... Das kriegt mich immer. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, hey, das Ding ist teilweise 100 Jahre alt, dieser Film, und das kriegt mich halt immer noch. Und das ist... Ja, einfach, ähm, göttlich. So, und das... Ist es auch. Ja. Und das ist sowas, was kriegst du wahrscheinlich heute nicht mehr, weil du hast halt alles schon mal irgendwie gesehen. Und das ist halt dumm, wenn da irgendwas ist, was irgendwie neu ist, was was Neues ausprobiert. So, es gibt halt viel zu wenig. Zum Beispiel, ich fand Hereditary hat mir null gefallen. Ich mochte Hereditary gar nicht. Ich fand den eher witzig, als dass ich ihn irgendwie... Außer diese eine... Ich weiß nicht, ob du Hereditary gesehen hast. Wahrscheinlich schon, ne? Und ja, ich fand den... Der hieß, sagen wir, der gruseligste Horrorfilm der letzten 10 Jahre, und ich fand den nicht gruselig. Ich fand den zum Lachen komisch. Und dann kam ja dann Midsommar vom selben Regisseur, und Midsommar war da wesentlich besser. Was einfach ein bisschen verstörend war. Und das ist halt... Na, stimmt schon. Ja, und das ist halt dann schon wieder eher meins. Zum Beispiel, was ich dann auch... Und dann haben... Es gibt immer so diese gehypten Horrorfilme, wo viele sagen, Hey, das ist jetzt gerade das Beste. Zum Beispiel, dann kam ja dann Get Out. Get Out war auch mehr langweilig, als dass es interessant war. Ich fand aber die Prämisse... Das war eine saugeile Idee dahinter, aber ja, man hätte es auch besser machen können. Ja. Und so suchen die sich halt immer irgendwie ihren besten Horrorfilm aller Zeiten. Also in Nosferatu werde ich auf jeden Fall reingehen. Werde ich auch reingehen. In Vollmontur, aber in richtiger Vollmontur. Das ist auch so dein Ding. Das ist auch so dein Stil. Ja, da trinke ich auch vorher ein, zwei Rotwein, damit ich auch richtig in die Rolle reinkomme. Und dann... Ich meine, du siehst, auf dem Bild sieht man das nicht, weil das Bild mit dem Filter bearbeitet ist. Aber das Make-up ist komplett kahlweiß. Meine Augen auch unten so richtig rot unterlaufen. Lippen komplett rot, aber ohne Lippenstift. Aber der Rest mit Hals und allem ist komplett weiß. Also wirklich kahlweiß. Und dann... Ja. Ich finde, der trifft den Nosferatu aber ziemlich geil, wie ich gerade das Kinoplakat nochmal angeschaut habe. Also der trifft den wirklich ziemlich gut. Also... Hm. Sehr gut. Ja, und dann stell dir mal vor, du bist so irgendwie ein normaler Besucher, willst in den Film rein und ich stehe dahinter, als du guckst, die Fahnen von oben. Hm? Ja, wie gesagt, ich bin da... Also ich finde das schon immer ziemlich toll. Also den Nosferatu, den trifft... Ich mag solche... Mich zieht sowas eher auch in den Bann, als dass es mich irgendwie gruselt, muss ich sagen. Ich mag ja dieses Gruselige, weil ich weiß ganz genau, dass da vielleicht ein Schocker einbauen wird. Aber ich hoffe, dass der Film keine Jumpscares beinhaltet, sondern dieses Grundlegende. Ja, genau. Aber der Trailer sagt dir nichts von Jumpscares. Der Trailer sagt wirklich dieses grundlegende Horror. Genau. Das ist ja das, was ich will. Du musst es sehen und du musst nur von dem, wo er in der Tür steht, wenn du das anguckst, wenn du nur dieses Bild siehst, musst du dich eigentlich schon so ein bisschen so what the fuck so denken, weißt du? Ja, und das will ich, ja. Und das ist mir auch... Ich sag, man kann auch wirklich andersweitig, man muss nicht unbedingt Jumpscares machen, man kann auch anders für, wie gesagt, für gruselige Dinge sorgen. Und wie gesagt... Ich glaube, Robert Eggers ist auch schon der Richtige dafür. Ja, also ich muss sagen, ich hab der Lighthouse nicht gesehen tatsächlich. Es war halt richtig gut, ich hab ihn nicht gesehen. Und The Witch, glaube ich, hab ich gesehen. Aber ist auch schon lang her. Ja. Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich find's cool, dass wir solchen Leuten jetzt wirklich viel Geld geben, dass die wirklich ihren Scheiß machen können. Ja. Das find ich schon richtig. Ich hab mir auch den zweiten Teil von Senan gekauft. Von was? Senan. Die Nonne. Die Horror-Nonne. Ah, jetzt. Entschuldige. Die mit Wallach. Ja, boah, den hab ich nicht gesehen. Was? Welchen ich gesehen hab, den ich nie... Es gab mal diesen, diesen... Ich weiß nicht, ob du den kennst. Es gab mal diesen Netflix, wo wir gesagt haben, das ist Jahre ja bestimmt. Ja, Netflix kam raus und dann hieß es, boah, dieser Horrorfilm ist der gruseligste auf Netflix. Das war, glaube ich, 2016 oder sowas. Ich weiß gar nicht, ist der Veronica, glaube ich? Veronica, da wo so ein Schulmädchen und Teufel besessen ist, die spielte, also die Blood Party hatte. Ja, genau. Veronica. Der war... Den fand ich überraschenderweise richtig geil. Spiel mit... Ich fand den super witzig. Ich fand den ultra... Ich fand den witzig, aber ich fand den auch sehr geil. Geil ist auf jeden Fall. Allein schon, weil am Ende auch dieser, dieser persönliche Bezug... Ich weiß nicht, es gibt da so Sachen, die... Bestimmte Sachen mussten haben, aber den fand ich wirklich... Ich weiß nicht, ich finde, ich finde, der hat mir sehr... Ich fand den ultra unterhaltsum. Ich fand den wirklich gut. Natürlich war er auch... Jetzt nicht so ultra übertrieben, weil irgendwann... Das ist das, was mich bis heute so an Insidious 1 so ein bisschen stört. Es ist bis zu einer gewissen Zeit ultra toll und dann ist doch dieses... Geht es doch, glaube ich, dann so, dass er in diese Traumwelt geht, um seinen Sohn da rauszuholen und sie vor diesen roten Typen da weglaufen und dann wirkte das eher wie so ein Abenteuerfilm und dann fand ich es irgendwie nur noch komisch. Also das fand ich dann strange. Also... Im Übrigen... Da hast du mich dann verloren. Warte. Wenn wir eine Gothic-Party haben oder wenn ich mit den Leuten rausgehe und wir uns richtig anziehen, soll ich halt mit diesem... Sag mal, Grafen-Look mit Nosferatu... Ja, dann sehen. Dann sieht der Rest ein wenig anders aus. Man sieht das jetzt nicht, weil meine Kamera schüttelt. Ja, ich hab's gesehen, ja. Sehr schön. Dann weißt du ungefähr, wo das... Mein Leben ist einfach Horror. Ja, ich muss sagen... Ja, ich muss sagen... Untertitelung des ZDF, 2020